yo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von roblox berlin v2 hier auf meinem black gaming kanal ja letzte woche letzte was für letzte woche doch letzte woche eigentlich keine ahnung wann ich das hochladen werde habe ich letztes video war ein emergency response video da war ich feuerwehrmann das nächste video wird dann das sein was ihr abgestimmt hat also entweder criminal oder department of transportation weil ich habe eine abstimmung gemacht weil ich weiß nicht die partner of transportation finden viele langweilig und dann dachte ich mir vielleicht wollen es nicht alle sehen und dann vielleicht lieber dass ich kriminell mal wieder bin also zivilien weil normaler zivilien keine ahnung kann ich vielleicht machen aber lieber kriminell zuerst mal ja und dann habe ich eine abstimmung gemacht und ja heute mal wieder hier in bilden vor zwei es ich werde aber nicht als bürger sein die letzten zwei videos war bürger und polizei war auch noch heute dachte ich mir einfach mal werde ich rettungsdienst sein oder oder sollen wir lieber rettungsdienst oder feuerwehr keine ahnung warte wo sind mehr rettungsdienst in zwei folge ok ich glaube ja machen wir diese diese folge rettungsdienst nächste folge feuerwehr würde sagen oder bei nee weil es ist dann nur fünf minuten wir machen ja wir machen diese folge rettungsdienst und nächste folge feuerwehr bisschen weil ihr habt ja schon feuerwehr im ergänzt response gesehen so ich nehme hier mein lieblings rtw sorry der konnte nicht reinbiegen wegen mir so ich werde versuchen so wie weit wie es geht nach regeln zu fahren nicht asi so ja wir werden einfach mal hier warten oder eigentlich hätte ich beim krankenhaus warten sollen und abstellen so wenn wer rtw braucht einfach melden 1 1 2 kann sein dass das 1 2 jetzt gestrickt wurde bei den anderen aber ich habe wirklich ausmachen ist schon tag wieder so ich fahr an dieser rtw beschleunigt halt so krass so am anfang beschleunigt ja so richtig krass so von 0 auf 100 so richtig so wie ein sportwagen und danach auch noch eigentlich so ein bisschen die rote ampel habt ihr nicht gesehen ja hier darf man eigentlich nur höchstens digga wer ist das im typ hier die fahren alle nicht so richtig digga alter der nennst ja noch schon wo ist das gegner ja ich kann gleich wie es hätten dankeschön das ist nicht mal deutsch ja ja dankeschön erstmal irgendwie fast eine minute oder so verschwendet hier fahr doch scheiße ich habe den ich gehört verstehe nicht warum immer so selten warte sind überhaupt nicht jemand so arzt kommt gleich wo sollen wir den verfolgen sonst kommt dann entgegen digga digga fahr mir gleich rein ich sag's lieber nicht ich habe das gefühl berlin leckte um an manchen lecks liegt nicht an mir sondern an berlin falls auch bei anderen leuten oft leckt digga jetzt wohl ich den auch bitte nicht in die absperrung knallen ist kein bocken auf den ich kann eigentlich auf der autobahn eh nicht schneller fahren als 110 super oder lassen wir einfach komplett ausgeben im raum ist nicht so geil so 300 wahrscheinlich wahrscheinlich fährt ein rtw wahrscheinlich fährt so ein normaler deutscher rtw 300 350 wahrscheinlich so schnell fährt so schnell fährt nicht mal ein laboratorium hoher kann oder doch vielleicht vielleicht bergab und so ja und normaler lamborghini hoher kann schafft 350 bestimmt so also wenn man richtig lang gerade ausfährt und die ganze zeit nur das gibt dann denke ich schon aber wahrscheinlich fährt ein rtw muss dann locker 800 ps haben mit dem gewicht da hat konnte auf jeden fall noch was zu tun aber anscheinend juckt es dir nicht was an geschwindigkeit angeht und dieses umkippen regt auch immer auf ich kann keine harten kurven mit trucks oder diesen rtw fahren weil ich einfach rumkippe das regt auch auf vieles regt auf jetzt auch kein einsatz ja super braucht jemand vorher so nachmacher alter niemand hat was geschrieben ja ich lege gleich auf den anderen server aber nun sich eh nicht mehr ich bin schon wieder zu schnell gefahren ich bin 70 im ort gefahren runter von der straße bist du disco und dieses deutsch bist du das kommt ja natürlich bin ich das gott derjenige denkt sich der den er gefragt hat wahrscheinlich denkt sich wahrscheinlich auch nur so irgendwas ist da schief gelaufen ja ich bin gerade glaube ich wieder irgendwie 60 ich muss mir abgewöhnen immer so lange auf dem gas zu sein ja das erfährt erstmal komplett ich dachte ich dachte das ist schön ich werde ihm fast richtig reingekracht aber jetzt ja aber gas geben kann er hier ist 30 erlaubt bruder ja hier ist 30 erlaubt ich wollte ihn überholen aber das ist auch ein überholverbot deswegen lieber nicht aber hier kann man schneller fahren ja der fährt aber auch ganz schön schnell ist man halt im alten haus was ne super nicht wie schnell fährt der fährt über 100 hier die darf man höchstens vielleicht 80 fahren so wenn man ein auge zugedrückt ich bin einzigste beim rettungsdienst ja mein jetzt fährt er langsam jetzt gibt er da aus aber sie wollen nicht hin ich fahre hier mit 180 lang ja ich fahre ich fahre hier immer mal eine runde merkt ihr ich bin schon wieder in der autobahn obwohl ich hier gar nicht hin will muss umdrehen ja er lässt mich umdrehen wenn er mir er fährt mir rein verstehe die logik von solchen leuten nicht lassen mich aber da fährt er doch in mich rein melone.de alter du regst auf das ist schon das zweite mal dass ich das schreibe ja super aber gut ich sag ich sag ich sag lern fahren aber fahr einfach ich drehe einfach hier um obwohl man hier nicht umdrehen darf wenn ich hier noch okay ich reset leute das kann ewig dauern bis das gelöst ist ich hab doch jetzt keinen bock auf rp nicht dass ich frp mache aber trotzdem kein bock jetzt fürs video auch so so rp video dauert schon länger so wenn man gescheites rp macht so irgendwie ah tiefer gelegt ist doch auch geil oder? ja es wär geil wenn Colle mal so ein rtw reinbringt so einen tiefer gelegten das wär geil ich würd nur noch mit dem fahren er beleidigt dies beleidigt auch ähm ich schreib's ja bestimmt äh also fahrräg ja ich meine ausdrucksweise schon wieder ja ok es war eh nur die beleidigung umdrehen ich schreibe ich einfach schreibe ah ja hä aber er hat doch gewartet hä er hat doch gewartet auf mich verstehe ich nicht ich hab doch gewartet dass ich umdrehe ja ja Leute ich würd sagen aber doch nicht wenn es jetzt ne Kontrolle gewesen wäre ich hab gesagt äh scheiß drauf äh dann beendet auf jeden Fall Leute das war's mit dem Video äh ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein Like und ein Abo da guckt auch auf jeden Fall meine letzte Folge an ich werde sie vielleicht hier oben einblenden ähm wenn ich es nicht vergesse oder wenn ich nicht zu faul bin und der Blinker backt ey wenn jetzt der WLAN abstößt Spaß so äh dann würde ich sagen war's das mit dem Video nächste Folge denke ich mal werden wir Feuerwehr sein ich werde ein bisschen mit dem Truck vielleicht rumfahren wenn ihr Bock habt Ego-Sicht oder so äh wartet ihr auf mich oder was egal auf jeden Fall Leute das war's mit dem Video ich stell den Motor schnell ab ja äh ja ich stell den Motor äh das war's äh bevor ihr alles abstürzt noch ich würd sagen äh guckt äh ja egal auf jeden Fall tschau Leute